Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren FAQ-Video von Fernstudium-Infos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute möchte ich eine Frage aufgreifen, die in einem Kommentar zu einem anderen Video gestellt worden ist. Und zwar fragt Conny Wilmering hier, warum gibt es keinen Nobelpreisträger, die auf einer Fernuni studiert haben? Ja, eine spannende Frage, die ich so jetzt auch zum ersten Mal gehört habe und mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe und zunächst einmal würde ich sagen, steht überhaupt fest, dass es niemanden gibt mit einem Fernstudium, der einen Nobelpreis bekommen hat. Könnte ich jetzt nicht so beurteilen, denn ja, immerhin wird der Nobelpreis ja nicht nur aus Absolventen aus Deutschland zum Beispiel vergeben, sondern weltweit und viele haben wahrscheinlich auch mehrere Abschlüsse gemacht. Warum sollten da nicht auch welche dabei sein, die vielleicht an einer fernen Universität oder per Fernstudium oder per Online-Studium mal ein Studium gemacht haben? Insgesamt ist es sicherlich so, dass es doch sehr häufig Preisträger sind, die lange Jahre in der Forschung an Universitäten tätig geworden sind, um dann halt irgendwo zu Ergebnissen zu kommen, die einen Nobelpreis auch wert sind, gerade so in den wissenschaftlichen Kategorien. Was anderes könnte es vielleicht schon mal sein, zum Beispiel in der Kategorie Frieden, die ja auch ausgezeichnet wird, wo der Friedensnobelpreis vergeben wird. Ja, insgesamt ist es aber dennoch, denke ich, so, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Preisträger von Fernuniversitäten oder Fernhochschulen kommen, gerade wenn sie nur in Anführungsstrichen dort studiert haben, was unter anderem daran ja auch liegen wird, dass die meisten Fernstudierenden berufstätig sind, dass Fernstudierende also berufsbegleitend machen und auch mit dem Ziel, das Ganze für ihre berufliche Praxis zu studieren. Also, um später das im Beruf auch anzuwenden. Es gibt wenige Fernstudierende, die hinterher in die Forschung gehen, also um zu Ergebnissen kommen zu können, die dann auch einen Nobelpreis wert sind. Ich denke, dadurch wird irgendwo auch schon die in Frage kommende Zielgruppe für Nobelpreisträger aus dem Kreis der Fernstudiumsabsolventen deutlich reduziert. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht gibt es ja durchaus auch Absolventen aus diesem Bereich, von denen ich noch nichts weiß, vielleicht habt ihr von einem gehört, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare mit rein oder natürlich auch, wenn ihr weitere Fragen rund um das Thema Fernstudium habt. Ja, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, diese Art von Videos, dann gebt ihm doch jetzt einen Daumen hoch und abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos rund um das Thema Fernstudium. Und schaut auch mal bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.